Schauen wir Spanien an. Spanien hat seit dem Mai eine krasse Maskenpflicht. Nicht nur hinein, draussen, am Strand, überall Maskenpflicht. Härteste Massnahmen. Seht ihr hier? Im Mai Maskenpflicht eingeführt, wo der ganze Mumpitz vorbei war. Und dann konnte man bis im Juli auch sagen, Maskenpflicht wirkt super. Aber im Sommer ist Corona einfach nicht aktiv. Und dann steigt es aber super schnell an und erreicht neue Höchststände, die alles im Frühling in Schatten stellt. Das ist mehr als einfach anekdotisch, weil das sind jetzt so viele Millionen Leute, die die Maske tragen. Und man konnte es nicht stoppen. Man konnte es nicht stoppen. Darum kann ich euch jetzt schon sagen, der ganze Mumpitz, den wir hier durchführen, wird nicht dazu führen, dass die Pandemie eingedämmt wird. Das ist mehr als einfach an der Mumpitz, den wir hier durchführen,